Wisst ihr, warum ich kein Kabelmanagement mache? Unter anderem, weil ich an der Kiste jede Woche rumschraube und das machen wir auch diese Woche wieder und zwar mit der LS720 SE Wasserkühlung von Deepcool. Und damit halihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Ihr seht es schon, mein Hauptsystem, mal wieder, wo wir letztes Mal drin rumgeschraubt hatten, wo das Sonic Board reingewandert ist. Und hier haben wir die LS720 SE von Deepcool. Zweimal, warum? Nicht, weil ich sie mit zweimal in den PC reinbaue, sondern weil ihr eine davon gewinnen könnt, indem ihr wieder Kommentar schreibt. Bitte ein bisschen längeren Kommentar, ihr kennt das ja. Nicht einfach nur, ich will gewinnen oder so, sondern wirklich einen gescheiten Kommentar, was ihr von dem Video gehalten habt. Und dann schauen wir uns die Leistung von diesem Ding jetzt mal an. Zuerst müssen wir natürlich hier die Arctic Wasserkühlung rausbauen, die bekommt dann ein Kollege von mir. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich die jetzt auch noch verlose, sondern eine hiervon. Die ist dann auch original verpackt, das ist die untere hier. Und ich würde mal sagen, dann packen wir die GoPro aus und dann schauen wir mal, wie wir so an die ganzen Klamotten rankommen. Wobei das in dem Case kein Problem ist. Das Case ist groß genug. Aber zuerst machen wir ein kleines Unboxing und schauen uns mal an, was hier so drin ist. Zuallererst haben wir hier natürlich drei von diesen RGB-Lüftern von Deepcool, die packen wir jetzt mal aus. Das sind natürlich erstmal ganz normale Lüfter, die haben ein transparentes Lüfterblatt. Was hier ganz schön ist, wir haben einen ganz normalen 5-Volt-ARGB-Anschluss und dazu eben noch einen PWM-Anschluss. Das bedeutet für euch einfach nur, habt ihr eine Verteilerplatine oder so bei euch im Rechner und die hat diese Standardanschlüsse, genauso wie das Mainboard. Könnt ihr die auch ganz normal betreiben. Also die sind jetzt nicht proprietär, dass die ineinander gesteckt werden oder so, sondern die könnt ihr ganz normal mit den Anschlüssen von eurem Mainboard versorgen. Warum die allerdings wieder alle einzeln verpackt sein müssen, weiß ich auch nicht. Also es würde auch reichen, Lüfter, Stück Papier, Lüfter, Stück Papier, dann seid ihr fertig damit. Aber gut, jetzt so ist es halt leider. Dann haben wir hier auch schon den Radiator mit dem Pumpenkopf. Der Pumpenkopf, wenn wir den abmachen, dann sehen wir hier schon, ist Wärmeleitpaste aufgetragen. Und hier habt ihr den ganz normalen Kopf, den werden wir uns dann später noch angucken. Der hat auch so ein leichtes Infinity-Mirror-Design, sehen wir aber gleich noch, wenn es eingebaut ist. Dann haben wir hier den ganz normalen Radiator. Warum sage ich ganz normal? Weil zum Beispiel bei der Arktik habt ihr einen dickeren Radiator, dementsprechend mehr Kühlfläche. Und hier ist es halt so ein ganz normaler Dünner. Was ich allerdings aus den letzten Kommentaren mitgenommen habe, war, dass ich doch bitte mal nachmessen soll, was die genauen Maße sind. Und das können wir auch gerne machen. Der Radiator hat eine Gesamtlänge von 400 Millimetern, eine Breite von 120 Millimetern, 125 circa und eine Gesamtdicke von 30 Millimetern. Allerdings muss man dazu sagen, dass der eigentliche Radiator, also diese Lamellen hier, nicht so dick sind wie der Rahmen an sich. Der Rahmen hat jetzt 30 Millimeter, das hier wird ein bisschen weniger sein. Ich denke mal so 25 Millimeter. Die Schlauchlänge hier beträgt 40 Millimeter und der Pumpenkopf, der ist 70 mal 70 Millimeter. Und dann hat er noch eine Höhe von 55 Millimeter. Dann haben wir wie immer hier die Zubehörbox. Da ist dann quasi das ganze Montagematerial drin für AMD und Intel. Da schauen wir jetzt mal rein. Eine Anleitung ist auch noch mit dabei. Hier sieht man schon, das ist die verstellbare Backplate für verschiedene Intel-Sockel. Dann haben wir hier, so wie es scheint, noch Verlängerung für den PWM-Anschluss. Ein Dreifachsplitter für die drei Lüfter eben, damit ihr einen Anschluss auf dem Mainboard habt und drei Anschlüsse eben für diese drei Lüfter. Und das hier sind diese ganz normalen Montagerahmen. Das kennen wir alle schon. Das hatte die LT720 auch. Die LS720 Non-SE hatte das auch. Hier die ganz normalen Lüfterschrauben, die werden wir auch gleich als erstes anbringen, dass wir die Lüfter auf dem Radiator montieren. Und hier eben noch diese Halteteile für AMD in dem Fall mit diesen Rändelschrauben. Was ich immer cool finde, jetzt habe ich auch gerade die Seite von Intel offen, weil ich natürlich auch ein Intel-System habe. Hier wird immer alles schön fein säuberlich erklärt, wie man was zu machen hat. Dass man erst diese Haltebrackets anbringt an den Pumpenkopf, dann den Pumpenkopf auf das Mainboard draufschraubt. Natürlich muss vorher noch die Backplate da reingemacht werden. Hier sieht man es auch mit der passenden Einstellung. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist sehr, sehr einfach. Werdet ihr auch gleich sehen. Das Erste, was wir jetzt machen werden, wir werden die Lüfter hier auf diesem Radiator montieren. Ich habe mir die jetzt so hingelegt, dass die Kabel quasi, wenn ich den Radiator gleich ins Gehäuse setze, hinten Richtung Backplate vom Mainboard quasi zeigen. Dass die Kabel nicht vorne rumhängen. Dann haben wir hier die langen Schrauben für die Lüfter und dann sind die kleinen Schrauben da auch noch drin. Die sind dann für den Radiator an sich gedacht, wenn man den dann oben ins Gehäuse einbaut oder eben in die Front. Und ich sage euch, bei solchen Sachen ist dieser Bosch Schraubendreher wirklich ein Segen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Werde ich immer wieder nachgefragt, deswegen sage ich das nochmal dabei. Da seht ihr mal, wie schnell diese Kiste einfach erledigt ist. Jetzt löse ich eben noch ein bisschen die Kabel, dass ich die gleich schön ins Gehäuse legen kann. Und muss natürlich die Arctic bei mir noch ausbauen. Im Übrigen könntet ihr die auch hier so zusammengebunden lassen, weil ihr die dann quasi ineinander stecken könnt. Also ihr habt hier diese Stecker, wo noch der Deckel drauf ist. Und dann könntet ihr die quasi so ineinander stecken. Dann habt ihr diesen ganzen Kabelwusel nicht hinten im Gehäuse. Dann kommt nur noch hinterher ein Kabel raus. Vielleicht in dem Fall jetzt das hier oder so. Und dann könnt ihr das einfach nur aufs Mainboard stecken und dann war es das auch schon. Das habe ich jetzt in dem Fall auch so gemacht. Ich habe die einfach hier zusammengesteckt, hier zusammengesteckt. Und dann habt ihr hinterher nur noch einen Stecker übrig. Das wäre dann der hier. Der kommt dann aufs Mainboard. Das gleiche gilt übrigens auch für diesen Y-Stecker. Jetzt werden wir einfach die schon zusammengebundenen Stecker hier auch nochmal dran machen. Das ist quasi für die Lüfterdrehzahl. Ich weiß, das sieht jetzt alles sehr kompliziert aus, aber es passt halt wirklich nur in eine Richtung. Ihr habt nur noch ein Kabel dann frei. Der kommt dann später einfach nur aufs Mainboard. Hier hätten wir jetzt das Hauptsystem. Das Erste, was ich jetzt mache, ich mache hier vorne diese vier Schrauben von dem Pumpenkopf von der Arctic ab und nehme dann den Pumpenkopf runter und mache den erstmal sauber. Habe ich gerade voll vergessen. Die Kabel hier einmal natürlich für die Pumpensteuerung und fürs RGB habe ich hinten auch abgelöst und nach vorne geholt. Sonst hätte ich den Pumpenkopf gerade nicht so easy abnehmen können. Und hier haben wir ihn auch schon. Jetzt machen wir den noch mit Isopropanol ein bisschen sauber. Die alte Wärmeleitpaste vom Prozessor machen wir natürlich jetzt auch noch weg. Also mit Isopropanol geht das natürlich richtig easy. Ihr seht es hier auch auf dem Tuch. Da bleibt das dann einfach drauf hängen. Jetzt bauen wir den kompletten Radiator hier oben ab. Einfach nur die Schrauben von oben lösen. Das zeige ich euch gerade auch nochmal. Das sind einfach diese kleinen Schrauben. Ja, da hinten noch Unterlegscheiben drunter gehört, aber das hält auch so. Die mache ich jetzt einfach ab und nehme den Radiator dann raus. Ja, und schon liegt sie hier, die Arctic. Da ist es der Vorteil, dass die Lüfter einfach direkt über den Pumpenschlauch mit der Pumpe verbunden sind. Da brauchte ich jetzt quasi nichts mehr lösen hinter dem Case. Und jetzt bauen wir gleich hier vorne die LS 720 SE ein. Natürlich müssen wir hier vorne noch die Backplate rausschrauben. Das geht jetzt aber recht schnell. Das ist übrigens der Vorteil von vernünftigen Gehäusen, dass die Aussparung hier groß genug ist, dass man die ganze Backplate dann einfach rausnehmen kann. Das hier ist jetzt die Backplate von der LS 720 SE. Die packen wir jetzt von hinten da rein. Dann hätten die gerne, dass wir diese Abstandshalter da drauf drücken. Das Coole ist ja, die haben verschiedene Abstandshalter. Hier steht aber wirklich drauf 1700. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich gar nicht vertun, wenn ihr ein bisschen drauf achtet. Hier seht ihr schon die Schrauben, die von hinten raus gucken. Da setzen wir jetzt einfach diesen Abstandshalter drauf. Und das machen wir natürlich bei allen Vieren. Dann steht hier, jetzt sollen wir auf dem Pumpenkopf diese Flügelchen montieren. Das sind diese hier. Dafür müssen wir jetzt dieses Deckelchen hier abnehmen. Jetzt laufe ich wieder Gefahr, dass ich irgendwie in diese Wärmeleitpaste reinpansche. Ich versuche es aber diesmal so kleckerfrei wie möglich zu machen. Und jetzt wollen die eigentlich nur noch von uns, dass man dann quasi den Pumpenkopf auf diese Abstandshalter drauf setzt und dann diese Rändelschrauben drauf macht. Das sind diese hier. Dann ist der schon fertig montiert. Aber wir sollten vielleicht vorher wirklich noch den Radiator oben einbauen. Dazu muss ich natürlich das ganze Kabelwirrwarr erstmal hinten ins Gehäuse reinstopfen. Und dann kann ich den oben festschrauben. So, der Radiator ist soweit drin. Den habe ich von oben ganz normal festgeschraubt. Die Kabel, man sieht sie hier hinten noch ein bisschen einfach hinten reingelegt. Jetzt packen wir den Pumpenkopf drauf. Ich habe jetzt eine Rändelschraube schon mal festgemacht. Das sind einfach diese hier. Die werden dann ganz normal auf diese kleinen silbernen Nupsis hier drauf geschraubt. Dann ziehen wir die gleich noch fest und dann sind wir auch fertig damit. Und bevor jemand fragt, ist das normal, dass die Schläuche unten rum zeigen? Ja, das ist so. Bei den meisten Wasserkühlungen ist es ja so, dass die Schläuche hier an der Seite quasi rausstehen. Hier werden sie dann unter dem Ramm hergeführt. Bei der Arctic zum Beispiel war es direkt oben drauf. Also die unterscheiden sich da so ein bisschen. Und da man hier jetzt so ein bisschen Feingefühl braucht, nehme ich hier auch einen normalen Schraubendreher und ziehe das ganze Ding überkreuz fest. Und denkt dran, nach fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit. Deswegen seid da behutsam mit. Ihr könnt es schon festziehen, aber macht es jetzt nicht zu dolle. Sonst reißt euch vermutlich noch irgendwie was ab. Ein Gewinn oder so, das ist dann ein bisschen scheiße. Jetzt haben wir hier einmal diesen Stecker, der von der Pumpe kommt. Der kommt dann quasi oben auf den Pumpenanschluss von eurem Mainboard. Der befindet sich meistens hier oben in der Ecke drin. Da habt ihr dann auch den CPU-Fan-Anschluss. Da soll man dann die Lüfter drauf anschließen. Steht auch alles so in der Anleitung. Hier haben wir nochmal die Anleitung. Da sieht man auch nochmal, es gibt einmal diese Variante, wie ich es jetzt gemacht habe, dass das direkt auf den CPU-Fan geht. Also diese drei Verteiler, einfach hier auf diesen CPU-Fan. Diese Verlängerungsstücke sind wohl dafür gedacht, dass die ein bisschen langsamer läuft und dementsprechend noch ruhiger arbeitet. Die habe ich jetzt aber weggelassen, weil wir wollen ja gleich mal gucken, wie es ist, wenn man sie wirklich direkt anschließt und wie laut die dann ist. Und hier sieht man ebenfalls, dass von der Pumpe das RGB-Kabel mit den Lüftern zusammengeschlossen werden soll und dann ganz normal hier auf IO-Pump draufgesteckt wird auf dem Mainboard. Die Kabel sind jetzt soweit verlegt. Ja, nicht ganz so sauber, ich weiß, aber ihr kennt mich. Ich schraube immer wieder an diesem System rum. Aber jetzt ziehen wir mal die Folie ab. Jetzt gucken wir uns auch mal die Optik an. Ich schalte das System jetzt gleich sofort ein. Und es läuft. Man hört es auch ein bisschen plätschern, das ist aber ganz normal am Anfang. Ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber ja, so ist es jetzt halt. Und ihr seht jetzt schon diesen Effekt, den ihr hier drin habt. Das spiegelt jetzt schon ziemlich krass natürlich. Aber ihr habt so einen leichten Infinity-Mirror-Effekt hier drin. Hier oben die RGB-Lofis, die leuchten auch. Das muss noch alles synchronisiert werden über Signal-RGB. Das benutze ich für das ganze System hier. Dafür muss aber erst mal Windows hochgefahren werden. Und dann machen wir natürlich gleich noch einen Benchmark, weil hier drunter schlummert ein 13.600K. Und den werden wir gleich mal ein bisschen treten. Jetzt will ich euch gerade noch mal kurz die Optik zeigen, wie ich das eingestellt habe. Ich habe hier so einen Matrix-Atomic-Green-Gedöns eingestellt von Signal-RGB. Den RAM, da habe ich eine extra Software für genommen. Aber ihr seht hier schon beim Pumpenkopf, das überträgt sich da auch so ein bisschen mit rein. Dieses leichte Geflacker von dem Grün und hier oben bei den Lüftern natürlich auch. Die flackern jetzt auch immer auf, so wie das ganze System. Das ist ganz interessant bei Signal-RGB, weil ich habe ein ASRock-Mainboard, Fury-RAM, Schakun-Lüfter, jetzt die von der LS720 SE von Deepcool, die Gigabyte-Grafikkarte und das alles leuchtet quasi in einem, einfach nur wegen Signal-RGB. Wir werden jetzt hier ein Cinebench ranmachen mit HW-Info und ich werde euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das Ding, das ballert, alter. Heftig ist das laut. Ich halte jetzt mal gerade so 10 cm hier das Messgerät weg. Ich meine, ihr hört es sehr wahrscheinlich auch durchs Mikro. Da seid ihr so bei 54 Dezibel. Das liegt jetzt natürlich auch daran, erstmal machen wir einen Cinebench Run. Den macht man relativ selten. Dazu kommt, wir haben diese kleinen Adapter nicht benutzt, damit die leiser laufen. Das stand ja so in der Anleitung drin. Jetzt muss man natürlich beachten, wenn die jetzt leiser und dementsprechend langsamer laufen, dass die Kühlleistung natürlich auch nicht so gut ist. Wir haben jetzt wirklich maximale Kühlleistung auf dem 13.600er und die Ergebnisse zeige ich euch gleich. Man sieht hier unter anderem, dass wir jetzt gerade bei so einer Durchschnittstemperatur sind, beziehungsweise Maximaltemperatur. Da hat er ja einmal 79 Grad gepiekt. Wir laufen jetzt hier so auf ca. 75 Grad. Aber wir haben auch eine Leistungsaufnahme von 185 Watt. Das ist schon ordentlich. Der haut jetzt richtig rein, weil natürlich Cinebench im Hintergrund läuft. Aber er hält ihn auf jeden Fall kühl. Wenn wir jetzt diese Verlangsamungsdinger da reingebaut hätten, dann wäre er vielleicht so an die 85 bis 90 Grad gegangen. Selbst das hätte noch funktioniert. Und wir müssen noch dazu beachten, dass das Gehäuse jetzt natürlich offen ist. Wenn ich es schließe, ist das auch wieder alles ein bisschen ruhiger. Aber der haut ganz schön rein. Meine Fresse, die macht ordentlich Leistung hier. Hammer. Aber ich sage euch, die Wasserkühlung, die fühlt sich jetzt bestimmt auch verarscht, weil ihr holt die aus der Packung, baut die ein, lasst direkt Cinebench ballern. Und ich muss auch sagen, selbst mit Deckel drauf, 49 Dezibel. Also viel leiser wird es dadurch auch nicht. Ich halte euch jetzt auch gerne nochmal mein Mikro da dran. Also jetzt habt ihr es auf jeden Fall gehört. Die ist ordentlich laut, wenn sie Vollstoff gibt. Aber ihr seht hier auch immer noch konstante Leistungsaufnahme von 187 Watt. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr, lassen das eben noch zu Ende laufen. Hier haben wir jetzt so eine Maximaltemperatur von 81 Grad erreicht. Ich versuche gleich nochmal die Lüfterkurve ein bisschen einzustellen und dann zu schauen, ob sich das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen ändert von der Lautstärke her. Aber nur mal so als Zwischenfrage, während dieser Cinebench jetzt gerade läuft. Was haltet ihr von dem Design mit diesem Grün? Also mir persönlich gefällt es, aber was haltet ihr davon? Wäre euch das irgendwie zu flickerig, too much oder so? Na, wir wären da mal auf eure Meinung gespannt. Und wir sehen, wir haben 22.550 Punkte. Natürlich ein bisschen weniger als der Durchschnitt, weil jetzt noch HW-Info läuft. Discord ist noch im Hintergrund und Pipapo. Und wir sind jetzt auch wieder ganz geschmeidig auf circa 30 Grad. Die Spitze waren so 82 Grad und die maximale Leistungsaufnahme war so bei 190 Watt. Also das Ding, das kann ordentlich was abtragen. Ich werde jetzt noch die Lüfterkurve ein bisschen anpassen, dann schauen wir mal. Das habe ich euch letztes Mal gar nicht gezeigt. Hier ist ein Sonic im Hintergrund im BIOS. Das fand ich eigentlich ganz nice. Ist ein nettes Gimmick einfach nur vom Mainboard, weil es eben ein Sonic-Board ist. Und hier haben wir jetzt im BIOS quasi diese Kurve. Die können wir jetzt auch einstellen, also CPU-Fan dementsprechend. Und dann schauen wir mal, ob er gleich ein bisschen ruhiger ist. Wir können das Ganze auch auf Silent stellen. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen angepasst, dass er dann quasi hier bis zu einer Temperatur von 85 Grad 80% Lüftergeschwindigkeit hat. Und dann später ab 90 Grad eben auf 100% geht. Also man sieht jetzt hier schon, dass die Temperaturen ein bisschen schlechter sind. Der Cinebench, der läuft jetzt gerade mal eineinhalb Minuten. Aber er ist auch ein bisschen leiser geworden. Ich denke, mit ein bisschen Feintuning kann man die auch wirklich noch leise kriegen. Oder man verbaut eben wirklich diese Adapterstücke, die dazu gehören. Aber naja, das ist halt das Endergebnis. Und wie oft habt ihr schon diese maximale Belastung? Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich war das jetzt ein Extremtest. Geschlossenes Gehäuse, Cinebench, HW Info noch dabei. Der hat die 190 Watt da locker weggetragen. Natürlich nicht gerade zugunsten der Lautstärke. Also das Ding ist schon laut geworden. Mit ein bisschen Feintuning kann man da bestimmt noch was machen. Aber so, auch von den RGB-Effekten und so weiter, gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es noch bessere Wasserkühlungen auf dem Markt. Die sind dann allerdings auch deutlich teurer. Und bevor jetzt jemand fragt, warum ich die Arctic ausgebaut habe. Ganz einfach, weil ich mit der Arctic auf diesem Prozessor ungefähr 90 Grad hatte. 89 bis 90 Grad. Die wurde dann auch laut. Ist halt einfach so. Wenn sich so ein Prozessor fast 200 Watt reinschraubt und zum Beispiel ein 13900er, der kann sich ja auch 253 Watt oder gar 300 Watt reinschrauben. Dann ist das mit den Wasserkühlungen immer so ein Thema. Nichtsdestotrotz, optisch gefällt sie mir. Qualitativ ist sie auch okay. Wird natürlich ziemlich laut. Aber gut, so ist es halt. Und ihr könnt das ganze Teil gewinnen. Denkt dran, die ist noch original verpackt hier. Die kommt dann kostenlos zu euch nach Hause. Also vorausgesetzt, ihr habt einen Wohnsitz in Deutschland. Dann könnt ihr hier mitmachen. Schreibt einfach einen etwas längeren Kommentar, wie euch das ganze Video gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.